Das Video ist irgendwie komisch geworden, eigentlich 11 Minuten und 90 Sekunden, aber ich habe aber, das wurde einfach irgendwie abgebrochen, also es hat dann nicht mehr gefilmt, aber danach kann ich euch auf jeden Fall sagen, ich habe dann noch den epischen Sieg geholt, das ist irgendwie übertraurig geworden, dass das jetzt nicht gefilmt hat weiter, aber jetzt nur so gesagt, dass ich habe auf jeden Fall noch den epischen Sieg geholt. Ja.